Es ist der kurioseste Grand Prix des Jahres. Das Leitplanken-Spektakel in Monte Carlo und damit Hallo Formel 1 Fans und Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Formel 1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Monaco Grand Prix. Die Streckendetails Am 26. Mai beginnt die 66. Ausgabe des Monaco Grand Prix im Fürstentum von Monte Carlo. Seit 1950 fährt die Formel 1 in Monte Carlo. Bis auf die Jahre 1951 bis 1954 fand der Grand Prix immer statt. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 19 Kurven. Acht Linkskurven und elf Rechtskurven. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es 227 Meter. Auf der gesamten Strecke fährt man quasi nie im achten Gang. Insgesamt 50 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 3900 im Rennen. Die Boxengasse hat eine Länge von 301 Meter und dort wird höchstens 60 kmh gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf einer Safety Car Phase liegt bei 82%, der Vollgasanteil liegt bei 53%. In den bisher 65 Ausgaben des Monaco Grand Prix in Monte Carlo gewann 30 Mal der Polesetter, was eine Quote von 46,2% entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als hoch angegeben und der Reifenverschleiß auch. Gefahren wird 78 Runden lang im Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrendistanz von 260,520 km. Die Streckenlänge beträgt 3337 Meter. Das DRS darf nur einmal pro Runde verwendet werden und zwar auf der Stadt Ziel geraten. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Hypersoft-Ultrasoft-Strategie von Daniel Ricciardo. Schnellster Pilot im Feld war Max Verstappen mit 293,5 kmh. Die schnellste Rennrunde ging ebenfalls an den Niederländer mit einer 1,14,260 gefahrenen Runde 60. Daniel Ricciardo führte den gesamten Grand Prix an. Schnellster Boxenstopp war der von Lewis Hamilton. Seine Zeit war eine 23,739 in Runde 12. Die durchschnittliche Geschwindigkeit liegt bei etwa 160 kmh. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1,40,260 gefahren von Daniel Ricciardo aus dem Jahre 2018 mit seinem Red Bull RB14. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr auch der Australier 2018 mit einer 1,10,8,1,0. Im Monte Carlo werden die Mischungen C3, der harte Reifen, C4, der Medium und C5, der softe Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Hypersoft, Ultrasoft und Supersoft gefahren. Wichtiges zum Setup. Aufgrund der sehr niedrigen Geschwindigkeiten werden die Boliden mit maximalem Abtrieb ausgerüstet. Schwierige Kurven. Kurve 1, Saint-Dévoix, ist schon die erste tückische Kurve. Wer sich hier verbremst, hat schlechte Karten. Kurve 6 ist die langsamste im gesamten Rennkalender. Sie wird mit etwa 50 kmh durchfahren. Kurve 10. Hier kommen die Boliden mit knappen 290 Sachen angeschossen und müssen auf 75 kmh abbremsen. Letztes Jahr schied Lokalmatador Charles Leclerc gegen Ende des Rennens dort aus, als seine Bremsen versagten und er in Brandon Hartleys Boliden krachte. Kurve 19. Zum Schluss noch eine Schlüsselstelle. Die Leitplanke macht einen Knick Richtung Fahrbahn. Auch hier gab es schon diverse Unfälle. Lange Rede, viel Text. Die Strecke verzeiht quasi keine Fehler, abgesehen von den paar Auslaufzonen. Wenn der Fahrer nicht voll konzentriert ist, gibt es Kleinholz. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings, Qualifikations- und Rennzeiten. Bereits am Donnerstag findet das erste und zwei freie Training statt. Dafür ist der Freitag frei. Besondere Vorkommnisse. 1984 schmiss Nigel Mansell in Führung liegend sein Auto bei Regen in die Leitplanken. 2004 geschah während einer Safety-Car-Phase ein Unfall im Tunnel zwischen Michael Schumacher und Juan Pablo Montoya. Er bremste, weil seine Bremsen zu kalt waren und der Kolumbianer fuhr zu nah auf. Anschließend fuhr der Weltmeister gegen die Wand, wobei das linke Vorderrad abknickte und die Nase schwere Schäden hatte. 2004 überschlug sich Giancarlo Fisichella in der Nähe der Hafenschikane, weil er einem McLaren hinten drauf fuhr. Er konnte auch nichts sehen, weil ein Toyota vor ihm einen Motorschaden hatte. 2016 verlor der in Führung liegende Daniel Ricciardo seinen Platz an Lewis Hamilton. Und zwar nur deshalb, weil die Boxencrew nicht die passenden Reifen parat hatte. Der Australier war zu Recht auch sauer. Die bisherigen Sieger des Monaco Grand Prix. Hier ist eine Auflistung der jeweiligen Sieger in Monaco seit dem Jahr 1950. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr solcher Formel 1 Videos sehen? Dann abonniert doch diesen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao! Tschö! Tschö! Vielen Dank.